Hi liebe Dänemark-Freunde! Das Traumferienhaus ist gebucht, die Vorfreude ist riesig und schon bald geht es in Richtung Norden. Egal zu welcher Jahreszeit, in Dänemark wird es niemals langweilig. Doch wie sieht es in Dänemark eigentlich mit den Zahlungsmitteln aus? Das bevorzugte Zahlungsmittel in Dänemark ist die Kartenzahlung. Doch wie du mit ein paar Tipps und Tricks ganz einfach ein paar unnötige Transaktionskosten sparen kannst, das zeige ich dir jetzt. Erstens, bevor ihr Geld abheben geht, überlegt euch gut, wie viel Bares ihr eigentlich braucht, denn pro Abhebung bezahlt ihr 5 bis 10 Euro Gebühren. Zweitens, hebt am besten von Bankautomaten von großen und bekannten dänischen Banken ab und vermeidet die Bankautomaten, die klein und gelb sind, denn die verlangen oftmals Zusatzgebühren. Drittens, wenn ihr dann doch beim Abheben gefragt werdet, ob ihr in dänischen Kronen oder in Euro abgerechnet werden wollt, dann nehmt unbedingt dänische Kronen, denn sonst kann der Automatenbetreiber den Wechselkurs selber festlegen und ruckzuck habt ihr 10% von dem abgehobenen Geld verloren. Last but not least, Tipp Nummer 4. Solltet ihr gefragt werden, ob mit einem festgelegten Wechselkurs abgerechnet werden darf, solltet ihr das unbedingt vermeiden, denn dann dürfen nämlich Geschäfte, Bars und Restaurants eine Provision für die Kartenzahlung verlangen. Für weitere interessante Tipps zum Thema Dänemark folge jetzt unserem Kanal und gib diesem Video einen Daumen nach oben. Dein nächstes Ferienhaus findest du natürlich auf dänemark.de